Wenn ich mich heutzutage auf die Straßen begebe, ja dann sehe ich so gut wie an jedem Jugendlichen einen Schuh und zwar den Jordan 1er. Jeder kennt ihn, man liebt oder man hasst ihn, aber ich finde, wir sind an einen Punkt gekommen, wo es reicht. Da wir sonst immer nur viel reden und nicht viel machen, dachte ich, komm, gehst du auf die Straße und zeigst, was du denkst. Ihr kennt mich, ich war wieder zu viel im Internet unterwegs und dort habe ich eine Jordan-Alternative gefunden. Dieser, nennen wir es mal Fake Jordan, kommt von der Marke Fugazi und wie ihr vielleicht in einem meiner letzten Videos gesehen habt, habe ich versucht, mir einen dieser Schuhe zu kaufen. Nachdem das nicht ganz so gut funktioniert hat, bin ich frustriert auf Hidden New York rumgescrollt und habe dort eine weitere Jordan-Alternative gefunden, die mir direkt ins Auge gesprungen ist. Also habe ich zum zweiten Mal mein Glück versucht und diesmal hat es tatsächlich geklappt. Nach nun gerade mal vier Monaten, danke Post, ist der Schuh endlich bei mir in Berlin angekommen. Deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein kurzes Review, wo ich euch diesen Sneaker zeige. Was geht? Sprechen wir in diesem Video einmal über Jordan Einser, beziehungsweise habe ich auch noch hier in dieser mehr oder weniger misshandelten Box noch einen sehr, sehr wilden Pickup. Der sich ein bisschen an das ganze Jordan-Thema anschließt. Wie ihr im Intro schon mitbekommen habt, muss ich sagen, dass ich langsam an dem Punkt bin, auch wenn da hinter mir irgendwo auch noch ein Einser steht und da stehen auch noch Einser, dass ich Jordan Einser nicht mehr sehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, das ist sehr gemischt. Also wir haben in der deutschen Streetwear-Community, haben wir glaube ich zwei Lager. Einerseits haben wir das Lager Ref Simmons, Agnes Studios, ich chill auf VBG und muss alle Menschen runter machen, die irgendwie anders aussehen. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Jordan Einser-Peso-6PM-Fraktion und das ist so gefühlt, beziehungsweise das sind so die gefühlten zwei Lager, die es gerade irgendwie in Deutschland gibt. Ich glaube, so der beliebteste Jordan, also natürlich werden jetzt die ganzen Menschen sagen, oh, Jordan Off-White ist mein größter Grey. Aber gefühlt der Jordan, den die meisten tragen, sind einmal dieser komische Schwarze, der General Release war und auch irgendwie nicht sold out war, was ja völlig legitim ist. Also es ist ja cool, dass Nike versucht, jedem, der ein Einser will, die zur Verfügung zu stellen. I get that, wir haben das auch mit Yeezys, aber da gibt es so einen Jordan, den trägt gefühlt jeder und dann gibt es noch einen zweiten, das ist aber glaube ich auch der Favorit. Und zwar ist das der Obsidian, der steht ja auch da oben irgendwo bei mir. Ich muss sagen, als der rauskam, habe ich den auch echt gefühlt, ich habe den im Urlaub angehabt und wirklich, der ist schon gut totgerockt. Aber, ja, so langsam kann ich den irgendwie nicht mehr sehen, weil ich damit, also sobald ich rausgehe, sehe ich halt nur Menschen mit einem Obsidian, irgendeiner Trackpants und irgendeinem Oversize-Tee. Hi! Hier auch der gute Kelly, Kylo, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht. Er hat auf jeden Fall auch ein Video dazu gemacht, wo er das Ganze so ein bisschen analysiert. Wie gesagt, das ist ja, man darf es ja anziehen, wie man will, alles cool. Aber es ist sehr spannend, was sich hier gerade so für ein Stereotyp, sage ich mal, entwickelt. Long story short, ich habe mir so etwas Ähnliches wie einen Jordan-Einser gekauft. Worum es ja auch heute gehen soll, nebenher, dass ich mich ein bisschen über Jordan-Einser mal aufregen wollte und mal euer Feedback wissen will. Könnt ihr den Schuh noch sehen? Ich muss sagen, ja, geht so. Auf jeden Fall habe ich einen Jordan-Einser. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Custom oder ein Fake oder eine Mischung oder... Auf jeden Fall kam der Schuh nicht offiziell mit Nike raus. Aber ich habe mir ungefähr im Februar einen Schuh bestellt bei so einem Dude. Der heißt auf Instagram I never heard of you, glaube ich. Und er hat im Prinzip auch, ähnlich wie der erste Fugazi-Drop, einen Chicago-Einser gedroppt. Der war jetzt nicht mega schnell ausverkauft. Das war jetzt schon noch möglich, nicht so wie beim Fugazi. Aber ich glaube, noch ein paar Minuten war er dann auch weg. Ja, ich rede jetzt schon wieder viel zu viel Zeug. Ich würde sagen, ich zeige euch das gute Teil mal. Man sieht schon an der Box, die ist auch Custom. Wie gesagt, hier steht I never heard of you. Das ist der, ja, Mensch, der das rausgebracht hat. Das Ganze kommt aus den Staaten, deswegen sieht die Box ein bisschen misshandelt aus. Aber, was sehr nice war, ich habe ihm geschrieben... Darf ich das überhaupt sagen? Ich habe ihm geschrieben, er soll es anders deklarieren, damit ich nicht so viel Zoll zahlen muss. Und das hat auf jeden Fall geklappt. Lass ich mal so im Raum stehen. Hier vorne steht Fuck-Off 1, Size 10, Made in China, 000. Und Suggested Retail ist... Suggested? 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 Ja, machen wir das Teil mal auf. Dann kommt uns hier schon der Chicago, I never heard of you, Jordan 1er entgegen. Ihr seht schon, das ist ein Chicago Colorway. Aber auf dem Swoosh ist ein Mittelfinger. Hier oben steht anstatt... Ich weiß gar nicht, was da normal steht. Ich gehe mal nachsehen. Hier steht einfach nur Air Jordan auf dem normalen. Und hier steht Fuck the Fuck-Off. Ansonsten, ja, es sind so Laces dabei. Einmal schwarz, einmal weiß sind schon drin. Die einen kompletten All-Over-Print haben. Eben mit Fuck-Off. Muss ich sagen, gefällt mir nicht ganz so gut. Ich glaube, auch hier müssen Beige-Laces rein. Ihr kennt mich überall Beige-Laces. Ihr fragt mich auch immer. Ich kann die gerne nochmal in der Beschreibung verlinken, die ich benutze. Ja, und unten steht halt nicht Nike. Auf Grail geht der so, ja, ich schätze mal so um die 500 bis 800 Euro. Ist halt super schwer, einen Käufer zu finden, glaube ich. Weil der ist halt kein offizieller Nike-Release. Aber der wurde jetzt zum Beispiel auch schon von Leuten wie Future oder so getragen. Ist also schon ganz nice. Ansonsten habt ihr hier in der Box auch noch so ein Papier. Da steht auch nochmal Fuck-Off. Was auch sonst. Ja, und das wäre es eigentlich gewesen. Ich werde jetzt, wenn ihr das Video seht, ein sehr, sehr nices Fit-Pick mit diesem Schuh posten. Das heißt, wenn ihr Bock habt, diesen Schuh mal on-Feed zu sehen, dann geht jetzt auf mein Instagram, PaulsGym, und zutschert euch das neue Fit-Pick rein. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem erneuten Video. Bis dahin. Peace out. Bleibt gesund. Liked mein Bild. Und, ähm, kauft keine Jordan 1er mehr. In dem Sinne, Peace. Humphysik.